Die berühmtesten Detektive der Welt. Wir machen ein Praktikum bei meinem Dad, Just. Drei Fragezeichen in Rumänien. Herzlich willkommen auf Schloss Piatra. Ein altes Schloss. Ein verschwundener Junge führen Justus, Peter und Bob in ihr spannendstes Abenteuer. Wow! Bist du schon wieder im Detektivmodus? Ich habe mich wirklich eingesetzt für euer Praktikum. Kollegen, wir haben einen Fall. Können Sie das Rätsel lösen? Niemand verschwindet spurlos. Leute, das war echt ein knapp Fingerspitzengefühl erster. Das war ja bekanntlich noch nie deine Stärke. Hier spürt es. Wow! La Draculaia, der Drache. Dracula? Wir müssen heute Abend nochmal in den Gang. Ihr hört das doch auch, oder? Was denn? Und das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Stories. Und die Blöden unserer Zeit. Die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen. Wir sehen uns morgen, Kollegen. Jo, das war Fiona. Ich komme ja, Tanze Mathilda. Nur im Kino. Wir sehen uns morgen. Untertitelung des ZDF, 2020